Ja, man sieht ja, was das Team im Moment zu leisten imstande ist. Und jeder im Team weiß, was ich für ein Mensch bin, wie zielstrebig ich bin. Ich will wirklich alles gewinnen. Im Moment sind wir Zweiter, aber ich möchte trotzdem Erster werden, auch wenn die Bayern acht Punkte vorn sind. Ich bin nicht hier, um die Bayern den Titel gewinnen zu lassen. Ich will jedes Spiel gewinnen. Und ich versuche, das auch für die Mannschaft sicherzustellen. Vielen Dank.